Willkommen zu einem weiteren Power Query Video der AT Excel Experts Reihe. Im letzten Video hatte ich schon gezeigt, wie Jahresplanwerte in eine neue Tabelle mit einer Monatsplanung gewandelt werden. Und dann kam der berechtigte Kommentar, und was ist mit saisonalen Daten? Also was ist, wenn Kostenstellen nicht das ganze Jahr identisch belastet werden, jeden Monat ein Zwölftel des Jahresbudgets? Vielleicht sind einige eher zum Sommer hin kostenintensiv, andere zur Weihnachtszeit. Und das zeige ich Ihnen in diesem Video. Ich habe hier Kostenstellen, die bekommen Jahresbudgets für einzelne Jahre. In 1000 Euro sehe ich das mal hier neben. Und ich sehe, wie die Profile aufgebaut sind. Bei 12 Monaten habe ich Profil 1. Da wird jeweils ein Zwölftel, 8,3% des Jahresbudgets pro Monat benötigt. In Profil 2 bin ich eher zum Sommer hin, in die Jahresmitte hin zentriert. Und in Profil 3, vielleicht geht es da um Weihnachtsgeschäft, Schneedienst, was auch immer. Dort habe ich dann verstärkt zur Weihnachtszeit hin was zu tun. Und dann flauen die Kosten hier auch ab. Ich habe daneben mal geschrieben, welchem Profil folgen grundsätzlich die Kostenstellen. Jede Kostenstelle, die ich habe, habe ich dort aufgeführt und dem ein Profil zugewiesen. Was ich also nicht mache, ist zu sagen, in Jahr 1 folgt die Kostenstelle dem Profil und in einem weiteren Jahr dem anderen. Ich habe das immer gleich behandelt. Gucken wir uns doch da mal ein Jahr an, eine Kostenstelle. Und zwar mal eine interessantere, die 10,300. Das ist hier mit 6 Millionen Euro fürs Jahr 2022. Nach Profil 2, also sommerlastig. Das Ergebnis sieht dann so aus, dass die Ergebnistabelle hier für jeden Monat die Summen hier anzeigt, die wahrscheinlich benötigt werden, an Gehältern, an sonstigen Auslagen. Und dann flaut das zum Jahresende wieder ab. Und da sind dann auch die 6 Millionen Euro. Im nächsten Jahr ist die Verteilung identisch. Ich habe es nicht an das hier eingerichtet. So, das heißt, wenn ich jetzt hier die Kostenstelle mit dem Winterprofil 10,900, einmal einrichte für dieses und einmal für nächstes Jahr, einmal für 2022, einmal für 2023, da sind jedes Mal 4 Millionen Euro, in 1.000 Euro habe ich es hier stehen, jedes Mal 4 Millionen Euro. Dann sieht nach der Aktualisierung das Ganze so aus, rechte Maustaste, aktualisieren. Die 10,900 ist jetzt hier zum Mitte des Jahres eher gering belastet. Und dann steigen die Kosten und da sind die 4 Millionen Euro. Im nächsten Jahr sieht das gleich aus. Und im Gegensatz zum letzten Video habe ich es auch so eingerichtet, dass ich hier schon das Folgejahr planen kann. Das heißt, wenn das Jahr 2024 auch schon in Planung vorliegt, und da sind wir dann bei 5,6 Millionen Euro, hat sich vielleicht gelohnt, dann wird hier für die untere Zeile für 10,900, wird dann hier noch das Jahr 2024 ergänzt. Das heißt, im Ergebnis sehe ich für meine Ist- und Sollkostenplanung, für meinen Forecast oder meine Planwertschätzung sehe ich da, ja, welche Zahlen da monatlich an Auslagen zu erwarten sind. So, wie habe ich das aufgebaut? Natürlich mit Power Query wieder. Ich habe aber diesmal berücksichtigt natürlich, dass die einzelnen Kostenstellen einzelnen Verteilungen folgen und die Profile, die habe ich ja hier stehen für die einzelnen Kostenstellen, in dem Fall nicht Abteilungen. So, bauen wir das Ganze doch einmal neu auf. Ich nehme einfach mal hier alles, was auf dem Blatt ist, mache das einmal komplett neu, drücke mal STRG N, habe das hier rauskopiert, packe es mal in eine neue Datei. Die Tabellen werden nun hier eingesetzt. Ich verkleinere mal ein bisschen. Die haben immer noch die Namen, Tabelle Plandaten, ja, Tabelle Monatsprofile und Tabelle Kostenstellenprofile. So, ich werde nun hier mit, Moment, ich sage erstmal, das sind meine Ausgangsdaten, das ist meine Planung und dann möchte ich die Monatsaufstellung haben. Ich klicke also hier in der, sagen wir mal, zweiten Tabelle erstmal auf Laden ins Datenmodell. Klicke hier auf Daten, Aus-Tabelle, Aus-Bereich, Daten, dann hier Power Query, Aus-Tabelle, Aus-Bereich und forme mal ganz kurz hier die Profildaten um. Ich lade die Daten. Ich kann auch neue Profile einfach ergänzen. Ja, das möchte ich auch vielleicht zum Schluss einmal zeigen. Und ich sehe, hier sind die Monate und dahinter kommen Profile. Und ja, was macht der, der bestimmt hier in diesem Schritt, geänderter Typ, bestimmt der ja von sich aus, welchem Zahlenprofil folgt das. Diesen Schritt lösche ich deshalb, weil ich vielleicht in der Zukunft nicht weiß, habe ich nicht vielleicht zwei Profile oder fünf. Dann möchte ich nicht sagen, ja, die drei Profile haben folgenden Zahlenwert und die anderen haben es dann nicht. So, also, unabhängig von der Anzahl der Profile lade ich diese Daten, klicke jetzt mit rechter Maustaste auf die Monatsspalte, da gehe ich davon aus, dass ich die immer habe und klicke auf Andere Spalten entpivotieren. Das heißt, die Kreuztabellenstruktur mit den mehreren Profilspalten wird umgeschrieben. Und da sehe ich die Profildaten hier. Für jedes Profil sehe ich, ja, zwölf Datenzeilen. Ich habe also nun 36 Zeilen, kann ich unten links auch erkennen. Das Ganze sind also nun meine Monatsprofile und die hintere Spalte, die kann ich ruhig als Prozentsatz formatieren. Alles gut. Die Monatsinfo lasse ich, ja, die mache ich mal einfach zur Zahl. Da ist auch alles gut. Zahl, 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 ganze Zahl, sind ja ganze Zahlen hinter. Alles in Ordnung. Und jetzt hole ich mir die nächste Tabelle. Ich schließe das hier einmal, lade in das Datenmodell. Ich lade nicht ins Tabellenblatt. Warum soll ich mir diese Tabelle noch einmal entpivotisiert ins Blatt laden? Nein, es reicht, eine Verbindung zu erzeugen und vielleicht für spätere Zwecke ab ins Datenmodell damit. So, und jetzt hole ich mir die nächste Tabelle, rechts daneben. Da steht ja, welche Kostenstelle welches Profil hat. So, gucken wir mal. Ja, welche Kostenstelle hat welches Profil. Das heißt, ich lade auch diese Tabelle mit Aus-Tabelle-Bereich ins Power Query und werde dort aus der anderen Tabelle jetzt die Profile ergänzen. Ich habe ja jetzt hier Pro-Kostenstelle. Pro-Kostenstelle habe ich die Information, für welchen Monat welcher Prozentsatz vorliegt. In der anderen Liste habe ich die Profile. Ja, hier sind nur die Modelle, die Profile, die dahinter liegen. So, aus den Kostenstellen mache ich erst mal Texte und lade nun hier dran die Monatsprofile. Das heißt, Moment, Texte sollen das werden. Macht das schon. Aktuelles Ersetzen. Ja, ich möchte ja mit den Kostenstellen nicht rechnen. Und lade nun hier dran mit Abfragen zusammenführen, die Profilinfos. Das heißt, jede Kostenstelle ist gleich mit 12 Profildaten versehen. So, ich lade also die Profilinfos aus den Monatsprofilen hinzu. So, und da habe ich ja in der unteren Tabelle jedes Profil 12 Mal. Monat 1 bis 12. Für jedes Profil. Ja, also, das heißt, ich lade hinter jedes Profil eine kleine Tabelle. Dort befinden sich die Profilinformationen drin. Holen wir uns die Daten direkt mal. Dort brauche ich nicht noch mal das Profil. Das waren die Profilsinfos. Ich brauche aber den Monatswert und den Wert. Was ich nicht brauche, ist, dass er mir da immer vorschreibt irgendwie den Namen Tabelle Monatsprofile. Deshalb parke ich das unten weg. Ich klicke auf OK und sehe nun hier jeden Wert, jeder Kostenstelle 12 Mal. Na, das heißt, ich sehe die Kostenstelle 10, 200 hier 12 Mal. Moment mal, erst mal 1, 2, 3 die Monate, dann unten 4, 5, 6. Ja, ist also noch ein bisschen durcheinander. Da kümmere ich mich gleich drum. So, das heißt, ich sehe pro Kostenstelle, was habe ich denn dort in den Monaten für Daten? Die Profilinfo, die lösche ich schon mal raus. Ich habe also nun, hier stehen den Wert, den Prozent, ich habe die Kostenstelle und ich habe hier eine Monatsinfo. Soweit super. Ich hole mir jetzt die letzte Tabelle. So, das geht ziemlich rasant hier. Wenn man einmal den Dreh mit Power Query raus hat, kriegt man Ideen einfach, was man mit Power Query machen kann. Natürlich muss man sich ein bisschen informieren über weitere Möglichkeiten, aber erst mal im Kopf immer überlegen, was hätte ich denn gerne? Und Power Query wird wirklich so regelmäßig neu erweitert, weiterentwickelt. Das wird schon irgendwie gehen. Also, man muss nur recherchieren. Also, fällt einem nicht in den Schoß. Die ersten Sachen sind recht einfach, aber dann heißt es, entweder Seminar besuchen, irgendwo einen Online-Kurs buchen, Bücher kaufen und viel damit beschäftigen, im Web recherchieren. So, jetzt die vordere Tabelle. Die brauche ich eigentlich zweimal. Ich lade sie mir jetzt einmal. Ich will ja die Monatsdaten auch sehen. Ich will die Monatsdaten sehen und nach dem Monat immer noch mal das Jahr. Und da stehen ja schon die Jahreszahlen. Na, also, ich lade jetzt diese Tabelle, die vordere ein. Wie vorhin auch. Mach auch aus den Kostenstellen gleich wieder Text. Da ist die Quelle gleich vorne aus der Kostenstelle einen Text gemacht. Ich habe die Jahresinfos. Alles gut. und ich habe dort stehen Planung in 1000 Euro. Da ich nachher die Eurozahlen haben möchte, mache ich jetzt hier schon mal einen Schritt, nämlich, ich werde diese Zahl hier multiplizieren mit 1000. Das mache ich hier jetzt schon mal in dieser Stelle. Ich multipliziere jeden Wert mit 1000 und nachher werde ich die ja mit dem Monatsfaktor rechnen. Aber ich habe mit dieser Tabelle auch noch mal was vor. Also, ich rechne schon mal mal 1000. Dann habe ich die 1, 2, 3, 0. Dann habe ich die Jahreswerte wirklich in Euro. Dafür benenne ich auch gerne die Spalte noch mal um. Das ist in Euro. Nicht in teuer. Nein, nicht in 1000 Euro. In Euro. Ja, hier vorne die Daten. Da steht das Jahr. Ich hänge mir da jetzt schon, weil ich das nachher eh benötige, eine Info vor. Dann wird aus der Zahl nämlich ein Text. Und zwar packe ich mit Transformieren dort ein Präfix vor. Ein Präfix hinzu. Und dieses Präfix lautet Personalkosten. Leertaste. Das heißt, oder Entschuldigung, Plankosten in dem Fall. Das heißt, es steht da jedes Mal vor und dann macht er auch Text daraus. Dann habe ich die Jahreswerte für die jeweiligen Kostenstellen. So, und an der Stelle Währung. Das sollen ja Währungsinfos sein. So, diese Auswertung hier hat jetzt Schritte A für die Jahreswerte, aber auch für meine Monatsauswertung. Jetzt könnte ich überlegen, Moment mal, diese Prozedur hier, will ich das für meine Monatsauswertung nochmal machen oder kopiere ich, dupliziere ich mir einfach den Schritt hier einmal. Das habe ich vor. Ich werde das hier duplizieren. Dann habe ich den Schritt zweimal. Der geht den also doppelt durch. Habe ich kein Problem mit. Das ist jetzt die Monatsplanung, die ich da unten vorhabe. Monat. Na, die macht genau das gleiche, was ich da gerade hatte. So, hier habe ich jetzt also nochmal die Jahreswerte. Die möchte ich nachher mit den Prozentwerten multiplizieren. Eine Sache habe ich aber hier hinten noch in der Jahresplanung vor. Ich werde hier noch ein Wert hinterpacken. Das sind die Plankosten komplett. Ich mache da noch mit Format ein Suffix hinter. Hinter jeden Wert. Und ich schreibe dort Bindestrich komplett. So, hat schon seinen Grund, warum ich das so mache und nicht eine Leertaste oder so. Das sind also die Komplettwerte. So, die Spalte heißt auch Ja. Das lasse ich mal so. Wie die Spalte gerade heißt, das kann man ändern. Da habe ich einmal die Jahresdaten. Ist für mich wichtig. Ich werde nun verbinden die Kostenstellennummern mit den Kostenstellen Profilinformationen. Hier habe ich ja für jede Kostenstelle zwölf Werte und das kann ich verbinden. Das heißt, ich hole mir hier übers Verbinden Moment Start Abfragen zusammenführen hole ich mir die andere Tabelle heran. Ich muss nur die richtige erwischen. Ne, das waren nicht die Monatsprofile, das waren die Kostenstellenprofile und dort verbinde ich Kostenstelle ist Text und hier Kostenstelle und jede Kostenstelle gibt es unten zwölfmal und oben für jedes Jahr einmal. So, das lasse ich nun kombinieren und bekomme hier hinter jedem Wert eine Tabelle mit zwölf Zeilen. Die dehne ich mal aus, klicke hier darauf, dass ich gerne die Monatsinfos sehen würde und die Wertinfos. Das Suffix vorne TBL Kostenstellenprofile will ich nicht nochmal sehen. Das heißt, ich habe jetzt hier jeden Wert verzwölfacht, nur die Monatsinfos sind halt noch da und jetzt multipliziere ich die Planung mit den Werten. Na, mit Steuerungstaste. Die werden einfach miteinander multipliziert. Das mache ich mal zum Beispiel mit einer neuen Spalte und dann schmeiße ich die alten Spalten weg. Ich multipliziere die einfach und dann habe ich die gültigen Monatsdaten. Wenn ich eine Abteilung habe, wo jeden Monat gleichvielfällig wird, sind die Zahlen immer gleich. Habe ich Abteilungen, wo ich Profile habe, variieren die Zahlen im Laufe des Jahres. Ich kann jetzt wegschmeißen die Prozentinfo und die Planungsinfo. So, nun müssen noch Jahr und Monat zusammengefügt werden und ich plane zusammenzufügen die beiden Infos in einer neuen Spalte mal und dann kann ich die alte Spalte wegschmeißen. Ich markiere die beiden mal und sage die beiden sollen zu einer neuen Spalte hinzugefügt werden. Einfach dazwischen packen und als Trendzeichen hätte ich gerne mal sagen wir mal Doppelpunkt kann ich nämlich ändern und die Spalte soll heißen von mir aus Jahr Monat Jahr Monat soll so heißen. So, und dann gibt es eine neue Spalte hinten und da habe ich den Doppelpunkt genommen ich war zu faul das zu ändern und dort sehe ich dass ich die Info genommen habe vom Jahr und vom Monat getrennt durch ein Bindestrich habe den Doppelpunkt jetzt mal weggemacht so ich möchte aber dass dort 0 1 steht und das kann ich mit Text Pad Start machen ich gehe vor den Monat schreibe Text Punkt Pad mit großem P Pad Start ich sehe wie es geschrieben wird könnte das jetzt ausführen und mache die Klammer auf gehe hinter den Monat hier da geht die Klammer von Text From zu gehe dahinter und sage ich hätte gerne zwei Stellen und die sollen bitte mit Nullen aufgefüllt werden die müssen in Anführungsstriche und mache die Klammer zu drücke hier die Eingabetaste und sehe dass die Personalnummern mit führender 0 und auch wenn die zweistellig waren die 11 die 12 die 10 dass die mit zwei Stellen gezogen werden also ich habe die Möglichkeit anders zu arbeiten als im letzten Video wo ich einfach eine 0 davor gepackt habe und dann die rechten beiden genommen habe ich kann einfach sagen mach es zweistellig und wenn es nicht zweistellig ist mach Nullen davor und das macht Text Pet Start so dann kann ich nämlich die Monate wegschmeißen und das ja das können die raus löschen und die Spalte nenne ich mal Jahr das ist ja der Monat aber warum nenne ich die Jahr weil die drüben in der anderen Tabelle auch Jahr heißt so ich möchte nun diese Daten mit denen hier kombinieren aus der Jahrestabelle hier hieß die Spalte Jahr hier heißt Planung in Euro hier heißt sie noch Multiplikation auch das hier benenne ich mal kurzum Planung in Euro die hieß zwar schon vorher einmal so aber ich habe sie ja noch mal multipliziert und dann hat er sie nochmal umbenannt so und die Tabelle und die Tabelle packe ich nun zusammen ich packe die beiden Tabellen zusammen die reihenfolgen der Spalten ist gerade egal Hauptsache die heißen gleich und die haben den gleichen Datentyp und nun füge ich und sag einfach diese Tabelle packe ich zusammen mit den Plandaten Jahr die habe ich ja davor erledigt und die werden mir jetzt unten drunter gematcht warum habe ich die Plandaten Jahr immer die Plankosten das Jahr und dann Minus komplett geschrieben weil wenn ich das jetzt sortiere wenn ich jetzt die Daten sortiere habe ich immer stehen erst die Monatszahlen und ganz unten steht dann irgendwie wenn Monat 12 rum ist dann steht dort Plankosten komplett und dann kommt das nächste Jahr das ist wichtig nachher für die Reihenfolge der Spalten und stehen die Spalten gleich kreuz und quer durcheinander und jetzt letzter Schritt pivotiere ich das Ganze das heißt transformieren Spalte pivotieren und die Daten befinden sich in Planung in Euro und da ist die Spalte der Name auch schon wieder weg also ich hätte das auch ABC nennen können und da sind meine Daten da habe ich meine Informationen das lade ich mal schauen die Plandaten ja kommen dann wahrscheinlich auch in ein Blatt jetzt muss gucken dass ich nicht zu viele Tabellen lade jetzt kommt erst mal dieser Dialog da warte ich gerade drauf soll er mir laden ins Datenmodell in neues Blatt der macht wahrscheinlich gerade zwei Blätter unten auf mal gucken Plandaten ja die kann ich gleich auch wieder verschwinden lassen und die anderen Daten Plan Daten Monat die Plandaten ja habe ich ja schon die brauche ich ja die noch mal die lasse ich wieder verschwinden rechte Maustaste drauf laden in nur Verbindung die brauche ich nicht die sind im Hintergrund das Blatt kann ich wieder löschen und ich habe gerade schon im Hintergrund gesehen der hat meine Planung ausgeführt und ich demonstriere das natürlich noch mal ja ich lösche das Blatt hier noch mal löschen also was ist jetzt wenn ich zum Beispiel ein neues Profil anlege Moment ich mache erstmal ein bisschen Platz Profil 4 dieses Profil ist vielleicht für eine auslaufende Kostenstelle also es gibt eine Abteilung die hat dieses Jahr noch ein bisschen Budget mit 20% 25% sind schon 45 dann nochmal 30 drauf das macht 75% und dann kommen die letzten 25 nochmal ein Aufbäumen am Ende und dann sage ich 0% so dieses Profil 4 wird der siechenden Kostenstelle 11.000 zugewiesen Profil 4 und die hatten noch ein Rest Budget das jetzt verteilt werden soll 1100 ich lösche mal das hier 1100 hat fürs Jahr 2022 noch ein Rest Budget von einer Million Euro oder nehmen wir mal 1,2 Millionen schönere Zahlen so und noch hat sich ja hier nichts getan ich klicke mit rechts klicke auf aktualisieren Profil 4 wird nun angewandt das heißt die ersten vier Monate werden für diese neue Kostenstelle hier belegt und der Rest wird mit 0 versorgt gucken wir mal ich sag das einfach ich habe es vorher noch nicht ausprobiert müsste aber klappen ja ja hier genau diese 1,2 Millionen Euro da sind sie ich kann es mir auch in der Summenzeile in der Ergebnisseile Statusleiste unten angucken danach gibt es dieses Jahr keine Zahlen mehr fürs nächste Jahr ist diese Kostenstelle nicht mehr versorgt und da ich nur bis 23 gehe hört die Planung da auch auf ja hätte ich Wünsche an meine Auswertung ich würde wahrscheinlich für jede Kostenstelle für jedes Jahr ein eigenes Profil definieren falls Kostenstellen für die Zukunft auch mal anders geplant werden sollen aber ich hoffe einfach dass mit diesem Impuls ja nicht nur vielleicht Personalkosten Kostenstellen Verteilung geprüft werden können sondern ihr damit auch andere Ideen habt falls ja schreibt es doch mal in die Kommentare ich freue mich immer wenn die Sachen die ich zeige noch woanders in der Praxis Anwendung finden Freue mich wie immer auf jedes Feedback und ja sag mal wie immer bis zum nächsten Video